Oh, da ist er nicht durchgeräumt. Fauen wir doch mal auf, die Scheiße. Ja, da bist du drauf reingefallen, Legion, du Spasti. Immer die Besten, die meine Dinger wegschießen wollen. Und sich dann verraten, ey. Jotti. Lesion in der Tür. Lesion in der Tür. Eine Lusse ist irgendwie. Gerät bereit. Achtung, Explosion. Von wo schießen die Dioden? Scheiße. Stadi bist du unten oder soll ich dir was drohen? Ich bin am Fenster jetzt. Ich fahre Blue hoch. Gleich ums Eck hockt einer. Da, hier auf pink, rot. Und hinten die Melusi ist in der Shisha-Bar. Ja. Ja, I know. Ich glaube, ich greif beim Heusti mit an. Warte mal Heusti, ich droh'n was. Ich seh' da niemanden. Ich seh' da niemanden. Schau' mal hier. Den Gangränder. Bei mir. Schau' mal hier. Schau' mal hier. Ich komm'. Ja. Ja, da ist keiner. Schau' ich komm' zu dir. Stadi, da kann man schneller runter. Guck. So. So. Ey. Eile. Oh fuck. Sorry. Ich geh' rein jetzt. Heusti, ich würd' gern. Die vier von unten. Ich plant, ich plant. Stadi. Ja. Auf mich schieß. Ah, ich bin tot. Super. Kommt vom Gang, Michael. Bei mir kommt einer ja. Ja. Vom Gang hinten kommt auch ein. Beide Seite. Beide Seiten. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Wenn er über die Bar hüpft, bin ich tot. Kommt jetzt rum. Hinter dir. Ja. Okay. Rechts. Denk ich. Ja. Warte mal. Jetzt. Kommt er. Noch ein Gegner übrig. Kommt. 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 Ist er jetzt. Entschärft? Entschärft. Hat nur gefaked, oder? Ja. Fotze. Ja. Besser, Mikey. Allerzeit. Taggerrunde, muss man sagen. Eins gegen drei. Ja, aber es ist halt auch so, weil gecalled wird, ne? Hier wird überall gecalled. Ja, klar. Natürlich. Natürlich.